Ich würde meinem 14-jährigen Ich zwei Ratschläge mit auf den Weg geben. Einer kommt vom römischen Philosophen Seneca und der heißt, wer den Hafen nicht kennt, in dem er segeln will, für den ist kein Wind günstig. In die heutige Zeit lässt sich das vielleicht so übersetzen, dass es natürlich wichtig ist, dass man seinem Leben eine gewisse Orientierung, eine gewisse Richtung geben sollte. Der zweite Rat ist der Vertraue auf deine Fähigkeiten. Vielleicht sogar besser, entdecke zunächst einmal deine Fähigkeiten und vertraue dann darauf, dass diese Fähigkeiten ausbaubar sind. Stärke deine Stärken. Jörg-Peter Zaukow, ich bin Betriebswirt und Direktor im Bereich der Standesorganisationsberatung hier in der Zentrale der Bank. Für mich ist es so, dass eigentlich jeder Tag die einen oder anderen Highlights bringt, wo es so kleine Dinge gibt, um die man kämpft, indem man in Gesprächen versucht, das Bestmögliche zu erreichen. Und für mich sind das immer die Gewinne eines jeden Tages. Es ist einfach wichtig, glaube ich, dass man jeden Tag mit Freude herkommt und seinen Job mit Engagement und Lust betreibt. Und das merkt der Kunde auf der anderen Seite. Und wenn man dann Gespräche führt, die gemeinsam für uns als Bank, aber auch natürlich für den Kunden zu einer Win-Win-Situation führt, dann ist es das, was mir Freude bereitet. Und das sind manchmal kleine Dinge. Und das können natürlich auch große Begegnungen und Ereignisse sein. Aber ich glaube, im Kleinen liegt das Glück in dieser Richtung. So würde ich das mal formulieren wollen. Also ich persönlich sehe in der Aufgabe, in der ich heute wahrnehme, keine Einschränkungen, keine persönlichen Einschränkungen. Sicherlich ist deutlich geworden, dass die Aufgabe mit einem hohen zeitlichen Aufwand, mit einem hohen Engagement verbunden ist. Sich weiterzubilden, sich fortzubilden, zu schauen, was ist im Gesundheitswesen aktuell und neu, auf der Höhe der Informationen zu sein, ist, glaube ich, sehr entscheidend. Das heißt, man muss schon den Antrieb haben, auch sich selbst mit aktuellsten Informationen zu versorgen. Die Apotheker- und Ärztebank ist ja die Bank der Heilberufler. Damit nicht nur der Ärzte, Apotheker und Zahnärzte, Tierärzte, sondern natürlich auch die Bank ihrer Organisation. Meine Aufgabe ist es, im Bereich dieser Organisationen als direkter Ansprechpartner, Key Account Manager tätig zu sein und zunächst einmal alle Bankdienstleistungen, die eine solche Organisation hier in der Bank wahrnimmt, zu betreuen. Darüber hinaus selbstverständlich auch alle Leistungen, die die Organisationen heute noch nicht von uns wahrnehmen, aber die sie vielleicht in der Zukunft einmal wahrnehmen sollten. Einer der Hauptaufgaben in meiner Tätigkeit ist es, das Liquiditätsmanagement und die Kapitalanlage für unsere großen Organisationen durchzuführen. Des Weiteren ist die Zusammenarbeit auf der Ebene von gemeinsamen Seminaren, gemeinsamen Veranstaltungen einer der wesentlichen Aufgaben auf meinem Tisch. Ich koordiniere und entscheide, ob und welche Veranstaltungen wir mit unseren Organisationen durchführen. Bin verantwortlich da, wo große Veranstaltungen unserer großen Organisationen unsere Mitwirkung bedürfen und organisiere, welche Mitarbeiter wie an der Veranstaltung teilnehmen und wie wir das unterstützen können. Nach dem Abitur habe ich eine Banklehre begonnen und nach der Banklehre ging es dann in den Zivildienst. Zu meiner Zeit hat der Zivildienst noch 20 Monate gedauert und ich hatte parallel die Gelegenheit, ein Studium der Betriebswirtschaftslehre zu beginnen, habe das dann abgeschlossen. Während dieser Zivildienstzeit hatte ich auch die Idee, Lehrer für behinderte Menschen zu werden. Hab dann aber mit dem Abschluss des Studiums bin ich wieder in die Bank eingestiegen und dann im Bereich der Vermögensanlage und Vermögensverwaltung gearbeitet. Habe hier in der Bank im Einstieg Anfang 2000 die Leitung der Vermögensverwaltung übernommen, diese lange Zeit hier am Hause geführt und bin seit 2013 Berater für Standesorganisationen hier für die Region Nordrhein. Ich denke, dass eine klassische Bankausbildung und auch ein Studium, das in Richtung Bank auch tendiert, ob man Bankbetriebswirt ist oder ob man ein klassisches Betriebswirtschaftsstudium absolviert, ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber ich denke, es ist schon richtig, neben der Bankausbildung eine weiterführende Ausbildung über die Zeit zu absolvieren, um einfach in die Tiefe der Materie einsteigen zu können. Ja, die wesentlichen persönlichen Eigenschaften, die man, glaube ich, in speziell meiner Aufgabe mitbringen muss, die man ja heute sogenannte Soft Skills nennt, sind sicherlich eine hohe Kommunikationsfähigkeit. Fachliches Know-how ist, glaube ich, auch sehr entscheidend. Das heißt, wir als Berater für unsere Standesorganisationen müssen uns natürlich im Bereich des Gesundheitsmarktes der Tendenzen und Themen gut auskennen. Das heißt, wir müssen uns fortlaufend informieren, dass das Gesundheitswesen sich verändert, sich Digitalisierung und andere Themen ereignen und zu versuchen, selbstverständlich diese mit den Ideen und den Themen der Bank auch zu verknüpfen. Getränkele Vielen Dank.